Hallo, willkommen bei Minecraft! Ja, wo waren wir in der letzten Folge? Ach ja, stimmt. Stimmt, da haben wir einen D-Shirt gemacht? Ach ja! Ich glaub, ich würd' mal sagen, mein Schwein pfeift. Nein, natürlich nicht. Ich würd' mal sagen, ich räume halt das ganze Zeug wieder rein, was ich brauche. Halt, da war die Spitzhacke, da war die Axt, da war die Axt, da war die Steinachs, kann ich mal so. Dann Steinschwert, äh Eisenschwert, Steinschwert, Steinschwert kommt dann. Halt Steinschwert kann ich mal nur als Notfall Reserve Dings mal lassen, das Bett kommt natürlich dann auch noch weg. Die Spitzhacke kommt da noch hin, halt, da kommt die Spitzhacke da noch hin. Dann Schwert wollte ich ja lassen. Ähm, ja, das war's eigentlich. Dann behalte ich mal mein schönes Räumchen, also mein Haar ist, mein Häuschli. Und ich würd' mal sagen, das Bettchen wird einfach mal hier aufgeschlagen. Oder? Nein. Das Bettchen wird, oder hier, hier wird's aufgeschlagen. Ja, dann kann man so rumgehen, ja. Dann klopp ich, halt, dann klopp, dann klopp ich. Jetzt weiß ich was mir noch fehlt. Halt, mit den zwei Dingen kann ich schon gleich mal. Puff, puff, puff. So, das hier schon gleich mal machen. Dann kann ich schon gleich mal die Fackeln rein, mal wieder weg tun, dass ich die Fackeln schön chronologisch angehe. Ja, puff, puff. da, ja, da eins, da eins, da noch eins, da zwei. Ja, da zwei Stück. Dann kommst du wieder mal da weg. Und da kommt noch eins hin, dann kommt hier noch eins hin. Ja, ich glaub, das war's. Ich glaub, das passt so. Ich glaub, das passt so. Da komm ich mich raus. Shit, 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 shit. Oh! Ach, schau, ist drauf. Ich penne, ey, ich penne jetzt halt. Und hoffentlich Schnell weg hier Da ist er, da ist er, da ist er Kommst du her, Creepy? So, du wirst Bisschen mal tradiert Boah, hat's mich jetzt Ich wollte ja eigentlich da noch Zwei, drei Fackeln hin tun Und davon mal macht's Na, es macht eigentlich gar nichts Ich mach das ja so Ja Ich mach das ja so Zum einen sparen wir da Holz Und zum anderen sieht's irgendwie geil aus Wenn hier irgendwie So auf der Seite immer kein Holz ist Irgendwie sieht das besser aus Irgendwie sieht das immer besser Also was heißt immer? Das sieht auch geil aus Hey, gerade eben war's wieder so Ja Und du kommst noch weg So 10 Stück, ich glaub 10 Stück Da muss ich noch ein paar Ecken machen Ja, das wird dann noch schon Schon sweet Sweet, hey Scheiße Mist Mist Mist, wo komm ich Wie komm ich jetzt Jupp Jupp, das war's Okay Okay Und die Du kommst einmal auch mal weg So So Ja Das passt doch Das passt doch Das wird schon passen Und so Und wahrscheinlich kommen dann da solche Großen Balken hin Huch Solche Balken hin Oder sowas Ja Mit den 22 Dingen kann ich, glaub ich Mein Häusli kann ich nicht so machen Aber ein großes Stück Vorantreiben 7, 6, 5 4, 3 2 1 Nein Jetzt fehlt mir genau eine Und wenn ich den wegkloppe, dann Geht's Nein, geil Geil, dann lass ich das ja so Dann tue ich dann hier Wuff Dann tue ich dann hier noch ein Holzböcken hin Dann kann ich zumachen Yay Es ist zu Es ist zu Hihihi Dann kommt die Fackel mal da weg Dann mach ich dann den hier Puff Puff Und Puff Irgendwie sieht das mit den abgerundeten Ecken Irgendwie gal aus Ich kann mich auch täuschen, aber naja Ja Doch, doch, doch Gefällt mir so Gefällt mir so Ja Ich glaub, ich würd mal sagen Ich bau mal da ein bisschen zu Mit drei Stück 3, 2, 1 Also 0 Doch, dann hat man hier Dann kann ich den Ofen Wahrscheinlich auch noch Huch Ne, bitte So, kann ich den Ofen da so hin Nein, den Ofen stelle ich dann Den Ofen stelle ich dann So hin Und die Werkbank Kann ich ja da mal so Huch So hinstellen Und da kann man hier dann noch die zwei Drohnen hin Gut So So Dann machen wir halt hier dann so ein kleines Ja, ich weiß nicht, was das sein wird Aber keine Ahnung Irgendwas wird das schon werden Boff, 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 boff sind vorbei. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Aber naja, wenn man es hören sollte, dann entschuldige ich mich. Ja. Außer ich mag es mit Birkenholz. Ja, außer ich mag es echt mit Birkenholz. Das kann ja auch was sein. Oder schon? Ja, genau so mache ich es. Dann mache ich hier einfach mal eins, zwei, drei. Klar, 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 klar. Logisch. So. Oh nein, wie mache ich das jetzt? Ich glaube, ich mache es einfach so. Buff, buff. So. Halt, dann gehe ich mal hier hin. Ja. Ja. So, da fehlt noch Holz. Ich weiß. Dann wird halt das rundherum vom Haus dann so aufgebaut. Halt, hier tue ich es nicht hin, weil hier ist ja eigentlich kein Eckpunkt. Also schon ein Eckpunkt, aber halt kein. Weißt du schon. Dein, und wie komme ich jetzt wieder hoch? Toll. So wie. Doch, das sieht geil aus. Das wird eine geile Hütte. Das wird eine geile Hütte. Dann kann ich ja dann noch ein paar Birkenbäume abholten, wenn die Achse noch reicht. Ja. Heute werden nur zwei Folgen rauskommen. Also diese und, also die, äh, gestere, also die, gerade eben die Folge und diese Folge kommen raus. Scheiße. Scheiße. Fuck. Ich hab Mist gebaut. Scheiße. Ich hab Mist gebaut. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Ich glaub, das... Scheiße. Geh weg, geh weg. Nein. Scheiße, 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 Scheiße. Ja. Mir ist egal. Ich will das Holz noch retten. Hey, irgendetwas spinnt der jetzt herum. Scheiße. Fuck. Scheiße, nein. Nein, mein schöner Baum. Nein, den, den ich selber gepflanzt habe. Naja, du brennst noch. Und du noch. So, aber das war's. Uh, das war aber jetzt eine aufregende Folge. Ja, du kannst noch weiterbrennen. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir nächste Folge. Den Baum holst mir noch wegkommen ein bisschen. Den, äh, Axt und so. Und dann holst mir die Bäume hier noch weg. Und ja. Danke fürs Zuschauen in dieser Folge. Und ja, dann verabschiede ich mich bei mir hier. Ja. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Also dann.